Hi, ich bin Benno von der Kindersportschule Mönchengladbach und ich werde die Inlinerwoche in der ersten und sechsten Ferienwoche leiten. Ich selber fahre schon ein paar Jahre Inliner und das auch in Skateparks und ich freue mich darauf, euch ein paar Sachen in den Ferien beibringen zu können. Wir lernen zum Beispiel grundlegende Techniken wie die richtige Haltung, das Bremsen oder auch fortgeschrittenere Techniken wie die ersten kleinen Sprünge und das Rückwärtsfahren. Ich zeige euch jetzt erstmal kurz wie es da ungefähr aussehen könnte. Also so könnten die Übungen ungefähr aussehen, die wir machen werden. Natürlich gibt es noch viele andere Übungen und Spiele, die wir dann gemeinsam spielen werden. Ich freue mich auf euch und auf die Woche, die wir zusammen verbringen werden. Bis dann!